Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Schatten des Krieges. Ja, hier unten ist die Rache-Mission für Askerls, der stolze, das ist der Dude mit der Brille. Ähm, ja, der hat wirklich was in der Brille. Jedenfalls, wir haben ihn schon mal getötet und wir töten ihn jetzt halt nochmal. Wir sind in der Nähe eines Sklaventrupps. Ob es ein Trost für sie wäre, wenn sie es wüssten? Aber er muss alleine sein, dann haben wir ihn das letzte Mal getötet. Hallo, du. Stört mal kurz. Sonst störst du mich am Ende noch. Sehe ich dich schon nie. Ah, da bist du. Nein. Unsere, hier hat echt viele Leute. Ist ja auch ein Schlag, ist ja gut. Oh, Alter, komm, ernsthaft. Okay, das lief nicht so ganz nach Plan. Ich habe gestern einen wie dich gegessen. Oh. Einen jungen Gonduraner rief nach seiner Mama. Nach wem rufst du? Nach deinem Tod. Furcht für Gift, furcht für Ghoulen. Es ist voll, es ist gut, wir müssen uns eigentlich noch erinnern. Charakter. Hey, Philipp. Hier wurde es gleich nicht vergiftet, hier. Stopp. Oh. Stopp. Sehr gut. So, du stoppst auch schon mal Karagor. Kann ich mir nicht gebrochen. Und du stoppst auch. Und du stoppst auch. Sehr gut. Er ist der letzte. Nice. Erfallen. So, jetzt haben wir jede Menge Spaß zusammen. Stopp, mein kleiner Freund. Er ist benommen und das war uns zu eigen. Alter, lass mich verarschen. So, aber trotzdem Tod wieder, stimmt. Also, es geht in die zweite Runde. Du kannst das nicht alle mitzwingen. Ich doch, eigentlich schon. Au rei. Au rei. So. Au rei. Au rei. Was? Ihr habt noch immer getan. Hallo? Dude. Na, natürlich ist mir der Dudes hier getan. so man stört sich schon mal nicht mehr du wirst jetzt hier rüberkommen weder nicht in der ecke kämpfen Alter du teilt sich grad dein Ernst noch mehr so macht man das in Mordor ich hab dich in deine Schenken verwiesen du hast das gehüpfen Mordor ist mein Blut, mein Leben Zeit für eine Abflug ich hab dich in deine Schenken verwiesen wir sind alle so klug alle sind sehr sehr klug so erst wird benommen jetzt können wir wieder auf ihn einschlagen sehr sehr gut eine Hinrichtung durchführen sehr gut und vergiftet haben wir alle Freiheit der Welt und noch eine Hinrichtung jetzt aber los tu es Mordor wird niemals bezwungen von deinesgleichen können wir ihn enthaupten ja oder ja enthauptet ist sehr gut weil ein enthaupteter Idiot kann nicht mehr zurückkommen zum Spiel das ist halt klar deswegen ist das gut dann kommt macht er nicht nochmal Probleme sehr sehr gut das ist erledigt und eine bessere hier sehr sehr gut Aufgabe deutlich ok sie wollen den Kampf verlängern und uns zermürden die Narren ja ähm wir werden heute wahrscheinlich noch nicht dazu kommen das Entschuldigung das Finale zu machen denn ich möchte noch das hier drüben machen und den hier hinten das eine ist der random auch der uns getötet hat weil ich mich verkickt hatte und das andere ist diese Mission wo zwei unserer Häuptlinge ähm kämpfen wo ist die Mission? da drüben doch lag schon richtig wurden wir uns noch nicht angezeigt noch zwei weg so so ich würde jetzt gerne hoch gehen das ist machbar kommen wir hier rüber das ist sehr gut ich hab schon mal etwas ich würde auch gerne hier hoch komm verbrennt ihr hier ich kann dafür sorgen dass ihr wirklich verbrennt hihihi hihihi der hinten ist er hi du ich bin da wenn ich dich diesmal töte bleibst du gefälligst tot ok schau mal immun gegen fluch erzählt durch guhle rauchbombe erfolge von olyx erfolge von olyx erfolge von olyx nicht so mehr gut oh das ist ein feuer oh das ist ein feuer oh das ist eine sprunglokade ist ok oh das fest ich hab das fest mal gespreng glaube ich äh EO er du schon aber deine freunde nicht mehr so eine Hinrichtung rein Dich will ich auf jeden Fall nicht verhalten, obwohl wir es können. Aua. Wieso war das schneller als ich? Dich erschieße ich jetzt mal. War lange nicht getan. Oh, ist gestoppen. Bye, bye. Habe ich das Gift getötet? So, war es mein Fall. Ich glaube, es war das Gift, aber. Sehr gut, so. Schauen wir uns an. Ist tatsächlich genau gleich gut. Dann bleibe ich noch bei der alten Rüstung. Ah Gott, so. Dann, wir wollen als nächstes noch gerade alles noch sehr, sehr gut, sehr schnell. Sehr, sehr schön. Ähm, hier rüber. Ja, okay, da wollen wir jetzt nicht durch. Stopp, sonst macht es mir noch Probleme. Dann schaut es zwar da oben von Zuge, dem Wall, und dem anderen, der noch mit dabei war. So, gleich da. Du, 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 du. Da, ups. Sehr gut. Let's go. So, dabei überfällt die ESG eines Verhältnisses und wir kriegen eine Verstärkung noch dazu. Nice. Wir werden unseren Spaß haben ein bisschen, oder nicht? Guck, Poppenspieler. Sonst sind eure Hände weg. Der Karagor-Freund wird nicht wissen, wie ihm geschieht. So. Weißt du, was auch so witziger ist? Ich hole noch einen dritten dazu. Hehehehe. Mach von mir aus mit. Oh nein, Kampf geben wir nicht auf. Ist okay, aber der Kampf ist jetzt schnell vorbei, wenn wir es mir sehen. Erzähl durch Schwäche, äh, ja, okay, wird schon machbar werden. So, was witzig ist? Zack. Zack. Okay, gut. Jetzt wird es lustig. Ich stelle mich aber hier rein und keinen Jupps, wenn ich gut. Ich möchte das, ja. Aua. Ich möchte eigentlich das da. Also läuft das Ding hier dahinten eigentlich immer für ein Netz. Ach ja, der Grauch. Ah, das ist der Dude, der den Grauch rufen kann. Der ist mir dabei, auch witzig. Ja, ähm. Jetzt wird sich alle meine Hände noch vor live. Dem Grauch geht es simgut. Und dem Dude, da geht es gar nicht mehr gut. Ich bin auch nochmal drauf. Wo ist der Kopfweiler? Wer will den töten? Wer hat die Ehre? Ja, das war's. Das war mein kleiner Freund. Sehr gut gemacht. Guck, Puppenspieler, daumen. Yay. Nice. War der Aufzug, äh, aufraub, Raubzug, er kann mir aufsteigen. Nicht so schlimm. Ah, das war eine Aufgabe für die Karriere, ich habe mich gar nicht gesehen. Gut, dass wir es gemacht haben. So. So. Okay, gut, dann. Ich kann ihn jetzt noch drüber schicken. Okay, jedenfalls, ähm, damit ist auch erledigt. Hier drüben ist noch eine Rune. Die nehmen wir noch mit. Ah, sieh. Sehr gut. Einmal vor Ort bleiben. Ähm, okay. So macht man das, weil es freut. Hast du gut gemacht, hast du gesehen? Nicht immer nur, haut auf, bum bum. Geht auch anders. Ähm, da du musst eine grüne Rune, die brauchen wir. Sehr gut. Stoppst. Sonst machst du keine Probleme. Und jetzt schauen wir ins Inventar. Wir haben einige Sachen mit eingesammelt. So. Einmal ein neuer Dolch, der ist aber schlechter. Weg damit. Und viel besser. Wir haben. Runen. Nice. Zack. Zack. Das bleibt alles. Das bleibt alles. Was? Wir haben hier zwei. Das heißt, wir können hier nehmen. Die auswählen. Dann. Zack. An wen geht die Rune? Äh, dann haben wir hier Rüstung erhöht. Gesundheit erhöht. Volkseite halten weniger Schaden. Boah, das ist alles so gut. Alles so gut. Ähm. Aber ich glaube, wir nehmen das hier. Okay. Nice. So. Oh, schon ziemlich viel von den Juwelen hier fertig. Oh, da ist noch was. Können wir mal weitermachen. So. Jetzt haben wir alles wieder gemacht. Perfekt. Dann habe ich auch dann alles erledigt, was ich hier machen will. Können also jetzt zu ihm gehen und uns um ihn kümmern. Yay. So. Hier ist noch ein Auftrag schon wieder. Lagerabzug. Das wäre noch Spaß. Wir machen noch ein bisschen Aufträge. Haben ein bisschen Spaß dabei. Wir müssen jetzt schillig rangehen. Aber die Folge vielleicht nicht ganz so produktiv ist, aber... Nicht so schlimm. Könnt ihr euch noch ein bisschen mit einem Häuptling ausschalten. Wer weiß. Und da ist so hoch. Jetzt hat sich nochmal genau dasselbe. Also wenn wir noch nicht hier brauchen, der Schlachterprobte. Ich lasse die Faulen mehr arbeiten. Oh, ey. Das ist ja wieder mit einem Grauk. Es ist so witzig. Ja. Was müsste ich auch eher mit dem... Luft-Fernkampf-Tötungen. Okay. Okay, ich stelle aber Karlbauer los. Auch cool. Wollen wir ihn noch dazu? Ein fern. Aua Macht mal Oh, der tut schon weg Das ging schnell Aua, wieso brennt es hier schon wieder? Und er ist tot Hast du gut gemacht, Nosko Das ist ja noch erfolgreich Nosko kriegt noch ein Level drauf, sehr gut Und wir kriegen Geld Ist auch cool, dann ist das vorbei Und auf der Graukjagd getötet Ja, auf der Graukjagd überlebbar, nicht oft So, dann schauen wir mal Jetzt ist nur das Schwert an Ist gleich da, aber dann ist es weg Sehr gut Ja, dann schauen wir mal in die Karte wieder Jetzt noch so ein Auftrag Ist noch eine Stammeskonfrontation Die können wir auch noch machen Ja, ich drehe dich ein bisschen raus, oder? Tue ich das? Ich glaube schon Egal, wir machen die auch noch Wir haben ja Spaß Spaß und Freude Heute wird es wieder so Es kommt nur einer Es kommen wieder irgendwie so Drei Und dann wird es ja groß gemetzelt Aber es ist wieder lustig zu zuschauen Ich meine, wir haben wieder viel zu tun Also es gibt wieder Es sind viele Plätze jetzt frei geworfen, haben einige getötet Also kann sein, dass es wieder Platz für Drei ist Dann kommen noch drei Kann sein, dass es da irgendwie so gehandelt wird Tatsächlich Ich weiß es nicht Da drüben sind wir Geld Also, eine Rune Aber weiße Rune brauchen wir nicht mehr Nur noch die anderen Rune So, Dala, schauen wir mal Der schlechter Stamm schickt wieder was vorbei Nur einer Wo ist mein Werkzeug? Zeit für einen richtigen Adalas Okay Das kannst du Giftfest immun gegen sonst was Erzeugung durch Feiglinge Keine Chance, ist nicht so lustig Gefällt mir nicht Oh, der will gut Zeit für eine r windshield Zeit 42 Sonst hätte ich die jetzt recht rekrutiert Hätte ich echt Lust gehabt Nein, das kommt mal in die Hinrichtung rein, sehr gut. Stopp. Das ist irgendwie kein Problem, ich hatte mir jetzt schlimmer vorgestellt von dem, was er so kann. Aua. Ja, okay, so ganz ohne ist er nicht. Ja, wenn ich auf seine Fähigkeit aufpasste. Aua. Aua. Nein. Uff. Uff. Das sah brutal aus. Das war ein toller Adalas. Nyey. Nyey. Herzlichen Glückwunsch, Sven Ametzker. Naja. Eine schöne Mission. Zwischen den Zweien. Der Norseko möchte das aber auch echt wissen. Jetzt geht er gegen... Ach, Henoch. Oder auch Henoch geht gegen ihn. Das war er. Wie hältst du das aus, Celebrim? Naja, so eine gute Jagd. Hier ist das, hier ist dieser Auftrag. Jaa, macht man halt auch noch. Hihi. Du kennst die Antwort darauf. Hm. Das sehen wir doch gar nicht. Das sehen wir doch gar nicht. angezeigt. Schade. Schade. Oh, da steht einer. Stopp. Und los geht's. Wir waren jetzt im Raufzürfungslager von ihm. Okay, vielleicht müssen wir ihn wieder unterstützen. Ja, wir haben uns einen kleinen Freund wieder dabei. Der liebt es durch den... ...haringen Idioten. ...haringen Idioten. ...haringen Idioten. Morgen früh ziehen wir weiter. Naaag. Naaag. Zwei. So, das ist zu viel für ihn. Wer ist jetzt wert? Oh, drei Boden in Richtung... Naa, erschaffen wir ihn. Oder? Zu viel auf einmal. Der drüben ist ja fast down. Oh, ja. So nett, dass du mir bei der Verteidigung helfen willst, aber... ...schon gut. Ich komm zurecht. Naja. Bleib mal, wo du bist. Oh. Hat so eine Stunde gewonnen. Ah, das wisst ihr euch da oben. Klammig getötet. Hihi. Nice. Damit kriegt er noch mit Level Up 2 sogar. Nice. Aber wir sind jetzt auch auf Max. Und wir stellen sogar Stufe auf. Hat sich doch gelohnt. Yay. So, sehr gut. Schau uns an, was sein Bogen den kann. Wie ich sehe, kann er nichts. Okay, dann kommt er weg. Gut. Ah, gut. Wir haben eine Fähigkeit. Schauen wir mal rein. Wenn wir jetzt noch... Nehmt dann immer so viel. Vielleicht gar nichts mehr wieder. Wir wissen nur so Sachen, aber... Blues-Aufträge abschließen. Karnen-Aufträge. Kranker-Erinnerungen. Wenn wir nicht alle... Jetzt fehlt noch eine. Ah, ich glaube, irgendwie so eine special letzte für uns. Aber diese Fähigkeit wollen wir eh nicht haben. Kann, was machen wir noch? Was gibt es denn noch? Hier ist Schattenangriff. Beherrschen. Ziehen da. Bei Schattenangriffs-X oder Z. Dann machen wir einfach mal das. Ich habe ihn überfragt, ja. Aber er wird sich auslösen. Das Pärschen ist besser. Ähm. Ja. Gut. Wieso prügeln die zwei sich? Ne, tun sie nicht. Okay, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon. Wir haben uns nicht nur auf diesen einen Ort eingeprügelt. Okay. Gut. Wir haben für die heutige Folge noch drei Minuten oder so. Das lohnt sich nicht wirklich. Doch er. Er ist Gash. Wollen wir es mit Gash noch mal probieren? Was? Warum nicht? Er hat noch Zeit. Let's do it. Hm. Yay. Yay. Ihr, was ist, wer bist du? Scott. Oh, hi du. Ich brauche dich ja hin. Ich brauche dich gar nicht. Glaubst du, du kannst mich im Kampf besiegen? Mich ausmanövrieren? Mich überlisten? Welchen Fehler wirst du begehen, um meinen Sieg zu sichern? Weiß ich noch nicht. Aber ich werde jetzt mit Soletten starten. Ich weiß nicht, ob er dann weg ist. Ein Festmahl findet statt. Nö, ist er nicht. Stinkt nach Gorg. Ja, der Weidlauf ist da. Das ist vollkommen korrekt. Sehe ich ihn schon. Dort ist er. Ja, ja, irgendwo bin ich. Hallo du. Tschüss du. Du hast nichts gesehen. Es ist Zeit. Ich weiß schon, wie das endet. Ich töte dich und sie feiern mich. Ich töte dich wieder und sie feiern mich aneimt. Okay. Diesmal brennen sie aber erstmal. Kämpferisch. Takk, das ist echt weg. Das schalte mich aus. Es ist nicht versäulichert, wenn du kommst. Das ist kein Fun. Kein Pfannen. Auch wenn er da drüben giftfest ist. Wieso schlimm ist der Rest hier? Ist es nicht. Sehr gut. Aber Reinigung durchgehaut. Oh, das ist ein ganz schönes... Aua. Alter. Ernsthaft, schon wieder? Oh. Ich dachte, ich krieg den halt noch durch, deswegen hab ich weitergemacht, statt mich da zu verteidigen. Ach, mein Freund, wir werden uns doch um mich kümmern. Oh, später wirst du sterben. Du wirst später. Oh, ja. Aber gut, aber es ist die heute gefolge noch vorbei. Yay. Müsste mal schauen, wo ist so jemand, der sich am Ende auf Level 100 da durchbringt. Ziemlich zeitaufwendig, aber okay, ja, let's go. Okay, es gibt ziemlich viele neue Leute. Der ist doch da. Aber den hab ich nicht getötet. Ach, Herr Doktor Haarige. Er hat einen Kopfdrager, wenn der wiederkommt, weil er lasst sich aus. Das ist ein Blutsbruder. Witzig. Ah, ne Ghouljagd. Hm, interessant. Wenn ich hier ein Fehlige. Überfall. Positionswechsel, ne. Können die Überfall aus. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Ähm. Wieso hat der neue Häuptlinge gekriegt? Wieso ist er hier jetzt neu? Er ist schon immer irgendwie weird. Wieso ist er hier jetzt neu hier? Und er hier ist neu. Das ist ja unser nächster Auftrag. Aber das ist ja erst in der nächsten Folge. Ich glaube, euch hat aber diese Folge trotzdem gefallen. Wenn ja, schreibt das Ganze auch in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Vielen Dank.